Aber nein, kein Bock drauf, Leute. I hear the innocent cry out. Give bot a small lead and I will 1v9. I say 1v9 because I am 1v9. Leute, manchmal müsst ihr eurem Supporter einfach sagen, was er für euch wirklich ist, ne? Digger, Lulu. Lulu, shove wave before they stretch our anus. Nein, Leute, macht euch einfach eure eigene Musik an. Es gibt immer das Lave-Probleme. Wenn ich meine Musik höre, Digger, Silphi, scheiß Musik. Wenn ich nicht meine Musik höre, Digger, Silphi, wo ist deine scheiß Musik? Leute, was wollt ihr vom Leben haben? Digger, was? Eine gute Lulu, ne? Richtig guter Arden-Slave. Digger, was war denn das für ein Burst? Digger, was versucht die zu sidestappen? Ist die mental oder was? Schade, den Autor hätte ich noch durchbringen können. Ach, schade. Hätte ich noch einen Autor hätte drauf gemacht, hätte ich draufgetammelt. Ey, Leute, ihr müsst aufpassen. Ich will dir den recht passiv spielen. Wenn ihr suckt, wie ich, als AD Carry, ne? Pusht ihr immer die Lane ein. Und ihr sagt zu eurem Arden-Slave, er soll mit euch die Lane einpushen. Warte, wer ist das? War der Zerslied, ne? Ist da. So wie die Langemen hätte ich gleich Donut's Page starten können. Ich kann nicht vorgehen. Ich kann da nicht in der Stirbend schäden. Ha, alle benutzen ihre Potions. Dann mach ich auch. Oh, wir werden eingepusht. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Ich bräuchte es gerade richtig nicht, Dorons Blade angefangen zu haben. Digga, was macht die Jinner? Digga, das ist das... Was ist das für ein Name? Hasajana? Okay, das kann kein Evil sein. Oh, shit, die Smetl. Muss basen. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Okay, jetzt hätte ich nicht kassieren müssen. Passen. Wow, wow, wow. Holy shit. Okay, also soll ich weggehen? Nein, Lulu. Scheiße, die magst du ihre weh. Das tut weh. Nehme ich den beim Perigmet oder gehe ich straight up BF? Fickte Scheiße, da haben wir gegen Ende alle ge-greedet. Weißt du, wenn man scripted-reported wird, aber nicht scripted, hast du Pech gehabt. Du musst halt mit dem Right Support schreiben, ist das einzige, was du machen kannst. Vielleicht hast du Glück, vielleicht aber auch nicht. Hm, okay. Oh, okay. Right behind. Oh. Oh. Holy shit. Holy shit. Das Ding habe ich gar nicht kommen sehen. Hat sie das von hier aufgeladen? Okay, sie muss das von hier aufgeladen haben. Und dann habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, stopwatch. Vielleicht kann ich hier was beten. Aber jetzt kommt sie nicht. Scheiße, jetzt kommt sie doch nicht. Oder kommt sie? Ich muss das wissen. Okay, das ist jetzt unglaublich scheiße. LOL Die pushen hier. Den Tower echt auf keinen. Er hat meine Mutter gefickt. Der Middle Sticks, Leute. Der Middle Sticks. Er ist tot, Digga. Was machst du? Du bist tot. Wobei, Lulu ist hier. Oh. Holy shit. Das war echt nice getimed von ihm. Aber es reicht nicht aus. Er ist tot. Schuh kann ich mir gerade gar nicht holen. Guck mal das Bier. Äh, das Ding jetzt. Pickaxe. It's okay, guys. We still scale. Achso, stimmt. Ich muss probieren gerade. Fun Fact. Ich glaube, hätte er Electrocute gehabt, hätten wir unten sogar einmal den Kill gemacht. Schade, ich bin eigentlich kaum mit reingegangen, weil ich Stopwatch habe. Aber Faddle dachte sich, nope. Digga, gib dem Arden Slave. Ich brauche... Warte, was macht Lulu überhaupt hier? Yo, go rum. Wobei Chogat... Ja, Chogat wird hier sein. Auf meinen Nacken erwarte ich eben Gewüsch darauf. Nur auf meine Mutter zu ficken. Okay. 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 Können wir auch swappen. Ich weiß gar nicht, was die hierüber tun. Oh, ich tanke das echt immer noch gerade. Ich denke, ich gehe gar nicht hin brauchen. Ich dachte, er will mich da jetzt noch wegbürsten. Oh, das Schild reinbekommen. Aber dass ich mich da mit der Tower-Agro um einen kleinen Millimeter verschätzt habe. Holy Shit, bin ich boostet. Können die Scheiß-Tower nicht mal. Wenn wir Pech haben, sterben wir jetzt sogar. Ey, Leute. Wenn da bei mir steht, zwölf Stunden und ich das da lasse, dann lasse ich es da. Egal, ob es dich nervt oder nicht. Das nächste Mal kann ich vielleicht nur Umfrage machen von der Bauer, ob er sich stört oder nicht. Aber das ist die einfachste Möglichkeit, um euch zu sagen, ey, Jungs, zwölf Stunden streamen. Freitag. Warum habe ich nur Vayne gepickt? Kann mir das mal einer nicht sagen? Warum habe ich nur Vayne gepickt? Ah, stimmt. Ich bin am Smurfen. In der LCS sehe ich es auch immer, ne? Die picken Vayne. Die fielen rein. Was weiß ich auch. Das Team stallt erst mal für eine Million Jahre. Er wollte mich haben. Er wollte mich haben. Komm her, Junge. Und danach macht ihr 1v9-Montage-Play. Oh, okay. Okay, hier kommt nicht mehr mit. Ja, der kriegt mich nicht. Direkt einmal sofort Boots, Leute. Boots und gleich alle wieder ficken. Digga, meine Kei... Oh, diese Mechanics, Leute. Digga, nur wegen... Nur wegen mir, Leute. Double Kill. Was los? Ne, Quatsch. Die meisten Leute lesen den Titel gar nicht. Leute, Twitcher, da könnt ihr mich nicht verarschen. Da bin ich zu schlau für euch. Kerib, der Drache. Kerib, der Drache. Legend glory, fertig, Dachau. Deck mit mir. Könnten wir jetzt hier von der Seite kommen. Hä? Ich bin ja nicht autofill. Ich halte mich actually gut in dem Game. Wenn man sich... ...ansieht, was der Rest hier so fabriziert. Ey, wow, ja, aber trotzdem 125 CS. Oh, Fiddle ulti. Digga, wie kann der Fiddle so viel Pressure haben? Kein Intel komplett rein. Die schwierigste Rolle kommt drauf an. Mechanisch gesehen AD Carry auf jeden Fall. Natürlich immer so ein bisschen von Champions abhängig, klar. Aber an sich AD Carry. Wollte schon sagen. Digga, Leute, ich mach das noch, ne? Ich schwör's euch. Okay. Ey, Digga, Bro! Nimm doch nicht meinen Farm! Digga, ich bin unser Late Game. Eigentlich denke ich echt darüber nach, mir Dinge zu kaufen. Mir einfach Rapid Fire-Kern direkt zu kaufen, ne? Aber scheiß drauf. Ist Support... Oh, Leute, es kommt drauf an. Mechanisch gesehen... Also, ihr müsst immer darüber nachdenken, wie... Wie schlau muss ich für diese Rolle sein? Und wie gut muss ich als Spieler für diese Rolle sein? So, und Support ist keine, wo ich sage... Boah, ey, Mechanics müssen komplett on-point sein. Sonst bist du übel scheiße und so weiter und so fort, ne? Aber du musst sehr schlau sein dafür. Aber du musst sehr schlau sein dafür. Ah, der f***t mich. No, is that nothing in range? Holy shit! Kein Problem, boys. Ich hab noch Stopwatch. Oh, oh. Sexy Kids. We back at it, boys! Warte, ich hab den Rap-Off gar nicht bekommen. Oh, ich hab ihn gecancelt. Ah, nicht nochmal mit mir, Leute. Nicht nochmal. Dafür bin ich jetzt so schlau. Ich bräuchte mich nicht fertig. Danach brauche ich direkt Cuses. Na ja, es ist full CDR-Viddle. Er ist max CDR, by the way. Er war falsch. Na, ich bin ja, glaub ich, unser... Wobei Talia hat, glaub ich, auch ganz okay. Schade. Aber generell bin ich unser einziger richtiger Damage. Fuck, ey. Hätte ich nicht so viele Assists. Äh, Lulu. Ich weiß nicht, ob du das willst. Ich weiß nicht, ob du das willst. Jo, go nash, go nash. Oh, warte. Fiddle. Will fuck us. Oh, wo's Fiddle? Na, komm raus. Leute, ihr könnt doch nicht nashen, wenn AP-Fiddle live ist. Den kann ich nicht contesten. Den können wir nicht contesten. Just try to steal. Okay, holen sie den Drachner. Okay, ich spiel jetzt mal auf gut Glück. Ich hol mir noch ein Seel und dann hol ich mir QSS. Ich delay mal die QSS. Jo, jo, don't, don't. Don't die. Akazix wird sie gleich ficken, Leute. Ich seh's doch schon gleich kommen. Akazix kommt gleich und fickt jemand in den Arsch. Nein, 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 Quatsch. Am Anfang hab ich gesagt, wir können nashen. Dann meinte ich, ey, nein, Fiddle ist ab. Okay, ich werd mir keinen Last Ghostbind im Game holen. Ich end wahrscheinlich mit QSS und ne Maw. Ich kann gar nicht. Warum krieg ich überhaupt botnen? Ich bin da, oder was? Eigentlich hätte ich mich schon QSS viel früher kaufen sollen. Was ich jetzt mach, ist ein riesen Gamble, Leute. Entweder werd ich jetzt gleich gecatcht und ich sterbe, oder ich mach sick im Montage Place. Ja, wir sind gesplittet, wir sind gesplittet, wir sind gesplittet. Jo, 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 jo. Ja, wir sind gesplittet, wir sind gesplittet. Nein! Fucking Fiddle! Verdammte Scheiße! I had issues to auto. Okay, bekommst du den wenigstens? Okay. Ey, ich brauch QSS. Ich bereue das grad so hart. Ich hätte mir vielleicht auch nochmal Mercs kaufen sollen. Die ganzen Silence ist das, da kann ich meine Stopwatch nicht ziehen. Ich sterbe immer im Silence. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Stecker ist. Lol, die können den, glaub ich, gar nicht händen, oder? Ist das unser Jungler ab? Nein, der ist tot. Leute, Leute, ihr seid tot. Warum spielst du Frontline, Lulu? Digga, ihr seid alle Faker! Ihr seid alle Faker! Ah, nein, Leute, ihr seid alle am Trollen. Alle am Trollen, ich schwör's euch. Oh, Leute, ihr habt mich geresettet! Schade, geht schon, hat ihn gefressen. Lass ihn doch einfach an mir. Scheiße, ich bin eigentlich super strong. Dafür, dass ich kein Edicary bin. Also kein Edicary-Spieler. Hätte ich mir Stopwatch gleich sparen können. Dummes Item, ja? Warum er mache diese? Warte, ich gehe hier weg, bevor Karsis gleich im Self kommt und erst mal mein Leben fickt. Ich denke so ein bisschen darüber nach. Scheißt du nicht einfach auf QSS? Und dann denke ich mir so... Rappet Fire wäre jetzt sehr stark auf mir. Ja, das ist schön, dass dein Onkel auch Ömer heißt. Was willst du jetzt hören? Oh, wow! Dein Onkel heißt auch Ömer? Ich sollte mit ihm schlafen! Let's... Yo, Boys, 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 komm, darauf warten wir noch. Let's bot fall. It's gone anyways. Let's bot fall. Ey, ich glaube, die verstehen nicht, was es bedeutet. Lass Bob den Tower doch einfach fallen. Warum lass... Ey, Phil fickt uns gleich alle von der Seite. Lol. 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 Hat er gerade mein Ding zu Interrupted? Nice Ah, wo kommt sie noch? Umm ja, wo ist sie noch? Ah, das! Alle, die Leute an- Zu fluchen, die ich ganz schnell anfade weil er sloweder mich ist, Für mich natürlich an- geSC infant sein Eug etter Alle, die ich jetzt freue courts Vouw, Ah, warte mal. Den Drachen kann ich mir sogar auch noch gönnen. Ich wollte schon was sagen. Wenn Karsis kommt und mich jetzt umbringt, gehe ich auf K. Ich glaube, die Stopwatch benutze ich gar nicht, oder? Legit. Entweder bin ich im Silence oder ich brauche das Ding einfach gar nicht. Oh, oh. Er ist tot. Ja, GG. We're played, boys. Da zieh doch deinen Cleanse früher, du Missgeburt. Jetzt muss ich kommen und den Tag retten. Digga, was denkt ihr alle, wer ich bin? Wir haben Late Game, boys. Du dreckige Missgeburt. Er hat mich nicht mal gefokust, ne? Er hat mich nicht mal gefokust. Ich war nur so nebenbei. Hä, wo ist mein Ripoff? Er ist noch gar nicht da. Wisst ihr, Leute, es gibt einige, die spielen AD Carry einfach nur jahrelang. Und ich mach das mal nur so nebenbei. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, und dann throw ich das Game. Das ganze Game. Das ganze Game spiel ich in Witzkrieg und dann mach ich so was. Haben wir verloren? Ah, ich glaub, wir haben verloren, Leute. Kann ich noch ein Maw holen? Wie toll ist denn Maw? Maw hat das Maw. Oh, wir haben dich verloren. Yo, yo. Don't die wie ich. And we, Gucci. Ey, die sterben einfach nicht. Oh, die sind alle Faker. Ey, Kane lebt gleich, ne? Ich schwör's, ich fick die jetzt. Ich fick die jetzt, Alter. Komm mal, Kane. Kane ist tot, kein Problem. Jetzt kommt Bane. Jetzt kommt Bane, Leute. Oh, hab ich wieder getroffen? Ey, Leute, wie oft am Tag kann ich throwen? Hätte Lulu mich mal geschildert. Ah. Aufgehalten. Wunderbar, meine Freunde. Wunderbar. Ich werd jetzt zu nem Vayne-Spieler. Oh mein Gott. Ich werd jetzt richtig zu nem Vayne-Spieler. Ähm, that was quite, äh, unfortunate. But I'm sure, once we group and I stop being, äh, animal, it's easy, äh, 1-2-9. Ah, mein 3-12-Kane, ne? Warst du schon mal Pro-Player, Digga? Siehst du nicht diese Moves? Normal war ich Pro-Player. Soll ich denn sonst gewesen sein? Ey, der geht full Armor eigentlich. Okay, nein. Ne, ne, Moment. Ich mach' dem so, wenn ich der mit dem Cho. Mit Cho-Ulti. Ja, genau, Leute, ich hab' mit Cho-Ulti gebaitet. Ich denk' darüber nach, ein Crit-Item gegen Borg auszutauschen. Ich brauch' Lulu bei mir. Ich schwör's euch, Leute, ich fühl mich so sicher, wenn Lulu da ist. Als hätt' ich eine Freundin, ja. So fühlt sich das an. Ja, wenn du jetzt B-G... Ah, dann ist over. Jetzt rushen die Nash. Ja, da ist es. Da haben sie ihn angefangen. Jetzt ficken sie mein Leben. Leute, fickt doch mal mein Leben! Digga, du trollst, Mann! Du trollst! Digga, er denkt auch, er ist Sylvester Stallone. So wie er da reingeht. Digga, ihr trollt gerade alle, ne? Ja, jalla, Leute. Game is over. Nicht mal meine Schuld. Better jungler wins. Was soll ich machen? Oh. Digga, was? Better jungler wins, Mann! Better AD Carry wins! Holy shit, wer ist dieser Junge? Komm, spielt er einen Tag AD Carry? Spielt er besser als alle AD Carries auf der Welt zusammen? Und intet vielleicht nur zweimal auf Vayne. Oder hab ich zweimal geintet? Doch zweimal. Ah, wobei... Nein, mein erster Tod war auch intet. Ich hab dreimal geintet. Wow! Bro! What are you doing? Ey, yo, go, 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 go! Oh, nein, nein. Never mind, never mind. Ich bin wieder, können. Ich kann das gehen. Dicke, wo ist ihr Problem? Wir haben ihn nicht mal bekommen. Wir haben ihn nicht mal bekommen. Dicke, dieser Kane, er ist so nutzlos. Er ist 3.14. Er kann nicht was... Verdammte Scheiße. Dicke, er smite er doch. Ich verkaufe gleich mal in der Schule, ne? Hier ist kein Witz. Haben sie... Oh, Scheiße, sie haben ja angefangen. Irgendwer kommt mir erst und fickt meine Mutter. Dicke, wo ist dein Problem? Dicke, die gönne ich mir noch. Komm her. Jalla, Bruder. Nash ist meiner. Jetzt kommt gleich Karsis und fickt erst mal mein Leben. Oh. Dicke, er weiß wohl nicht, wer ich bin. Ich hab doch gesagt, Vayne ist open. Wir gewinnen das. Äh, aber Silvino kannst du keine Vayne. Dicke, wo kann ich keine Vayne? Dicke, bester Vayne-Spieler, den ihr je gesehen habt. Dicke, ich klatsche die eine gegen die Wand. Den anderen vernasche ich. Ich hab keine QSS ready, oder? Ne, er hat die Pritzkultur. Zack, zack, links, rechts, Nicknack, Paddywhack. Kein Problem. Und dann ist da der Kayne, der einfach mal rein, der einfach mal rein ittet. Obwohl wir fucking am Gewinn sind. Das können wir nicht enden. Endet doch dieses Spiel. Ah. I will sell boots. Fick der Sch... Warte mal. Wie schnell bin ich überhaupt? Digga, ich brauch doch Dingens. Digga, viel besseres Bild, Alter. 100% Crit-Bild. Kein Problem. Erstens Reaver zum Q-Spam. Digga, wofür den Morph? Egal, scheiß doch. Ich brauch keine Schuhe. Wenn ich offensiv vorgehe, gib mir meine... Ähm... Meine Passiv E-Genug-Mobenspeed. Ich kann den Wauhaus mit 2-3 Hits umbringen. Ich kann den Wauhaus mit 2-3 Hits umbringen. Boah, ich spot mich, Tower. Wir müssen wieder eine Seite gegen Fiddle, war noch nicht 2. Und... Er hat mich gefickt. Scheiße, ey. Ich hab QSS für Varus-Ulti gezogen. Verdammt. Da muss ich echt aufpassen. Ey, yo, ihr wisst schon, dass Varus noch hier ist, ne? Ja, was haben die denn gedacht, was der Varus macht? Das ist der aufgehackert, oder was? Lauf, Lulu. Lauf. Oh, was tust du? Okay. Okay. Das ist nicht... Warte mal. I have some for the next fight. Stop building shit. Ah, never mind. Okay, nice. Okay, nice. Jetzt kann ich noch länger am Leben bleiben. Das ist echt schwer. Ich müsste die Viertel sehen. Fuck, ey. Ich will dieses Game nicht spielen. Digga, die hat hier nicht mal... Wurde sie, du hattest kein Voidstuff. Ah, okay. Den Cho muss ich so oder so umbringen. Kann ich? Ne, er hat Hourglass. Gute Nacht, glaube ich, wenn ich einfach reinflasche und ihn halt umbringe, ne? Aber er hat fucking Hourglass. Nee, 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 nee. GA bringt mir nix. Wenn ich einmal tot bin, bin ich danach eh wieder tot. Das würde nichts verändern. Ayo. Oh, das ist nice. Du Missgeburt. Der ist scheiße, oder? Fickt sie noch? Okay, sie fickt ihn noch. Digga, easy game, man. Wo ist das Problem? Einfach mal mit runterlaufen. Einfach mal Varios drauf flashen. Digga, du hintest nicht, oder? Hinten. Es können wir hinten, es können wir nicht, Ulti. Ich hab mal null Attack-Speed, wenn ich ihn angreife. Oh, oh. Oh, ich hab keine QSS. Das könnt ihr... Oh, können die? Ich schwitze. Fick dich, Fiddle. Oh. Ah, Lulu ist mein Slave, Leute. Lulu ist mein fucking Arden-Slave. Oh. Sup. Bitches. Told ya. We have late game. Easy. Easy. Oh. Sag mal, was ist das? Er ist bestimmt voll stolz drauf, genauso viel Damage gemacht zu haben wie Jenna. Leute, jetzt gucken wir das so an. Na, Digga. Zweimal GG. Komm, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Wo ist Great Shot Calling, ja? Wo ist Great Shot Calling? Ich hab doch gesagt, wir haben late game. Team. Hallo? Team? Nur zwei Honors? Was? Nur zwei Honors? Für 1v9-Performance? Das macht keinen Spaß, Leute. Das macht halt echt keinen Spaß. Wisst ihr, ich carry die Jungs. Ich geh da rein. Ich autofill einfach. Ich autofill Vayne. Und dann krieg ich das einfach. Und dann krieg ich das einfach. Was soll das? Und dann krieg ich das einfach.